Da kommt der Herr Fähne, kein Problem, der kann viel laufen. Je, je, jetzt kommt es hier nach Hause. Alles klar. Ja, ich laufe ein bisschen spazieren hier mit ihm, zeige ihm ein bisschen. Wahrscheinlich geht er ein paar Tage. Macht's gut, gell? Tschüssle, schönen Tag noch! Hättest du ihm doch einfach irgendwas erzählt, dass du irgendwas arbeitest? Aber es war gut, dass du gesagt hast, das ist ein Computer. Ich weiß nicht, sage nichts, arbeite. Das ist blöd.